Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Folge. Fuck. Battlefield 4. Ja, wir spielen auf der Map Morgendämmerung. Die auch, wie ich finde, sehr, sehr geil aussieht. So, die anfänglichen Ruckler. Aber egal, wir lassen uns davon nicht lange beirren. So, wir holen direkt mal E. So, zack. Markiert. Geholt. Gut, so easy ist das. Ja, da hörst du schon, wie die Gatlinge rattert. Das ist das Gefühl von Freiheit und Abenteuer, Leute. Ich sage euch. Erstmal, BAMS, Vollautomotivation. Die sind sautig, kaputschen Nibbeln. Feindlicher Panzer, östlich von dir. Oh. Das ist er aber dann wohl. Einsatz in die Säte ist jetzt unter unserer Kontrolle. Oh, 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 oh. Alter Schwel, das war knapp. Das war echt knapp. So, kein Ding. Futter gedeckt vom... Was ist das? M-Rap? McRap ist das. Alles klar. Ähm. Hm. Nun ja. Wir spielen immer noch mit den gleichen Teams. Aber es macht echt was aus, dass der 140er geswitcht ist. Ich wollte gerade sagen, die haben ja wohl noch andere gesehen, oder? So, zack, ist eh wieder unser. Idioti. Der Panzer, der juckt mich gerade mal so gar nicht. Ist er geplatzt? Hier ist er tatsächlich. Ja, C ist halt nicht das Ziel, was wir haben, ne? Nichts da. Nichts wäre in meiner Schicht. Ach, da waren sie. Na gut, alles klar. What did I do now, Captain Spears? Äh. Uns gehört echt nichts, ne? Aber so gar nichts. Okay, doch passt. Oh, scheiße. Okay, die Runde läuft nicht. Da muss ich mal ganz ehrlich sagen, die Runde läuft nicht. Da haben wir schon Besseres gesehen, auf jeden Fall. Wir sind gar nicht mal so in der Unterzahl. Wieso überrennen die uns denn so? Das ist ein weniger... Interessant. Boah, anliegst da. Ne, 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 mein Freund. Ne, 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 ne. Ne, 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 ne. Boah, pass auf, Kollege, dich messer ich. Wenn du da immer noch liegst, dann messer ich dich jetzt. Ja, Leute, passt auf mit Ansage. Da liegt der doch gleich. Schichtkontakt! Haltliche Helikopter fertig von dir! Wir haben gerade den Kontrollen beeigneten Zinfarko-Terror. Da liegt er direkt vor der Nase und ich... Oh Gott, nein! Wie kann das denn? Oh, ich bin so ein Noob. Ich hab mich jetzt... Oh, da lässt man sich einmal ablenken, ey. Nicht während meiner Schicht. So, pass auf, jetzt komm ich nicht über die Grünfläche. Das war so nubig. Das war so... Aber der liegt da immer noch. Das heißt... Es interessiert keinen, ob er da liegt oder nicht. Deswegen messer ich ihn jetzt nochmal. Also, was heißt nochmal? Ich versuch's einfach nochmal. So, klau mir den jetzt nicht. So. Okay, schade. Da hinten ist ein Sniper. Das war knapp. Oh, ich sag. Shit! Shit! Jetzt haben wir zwei Sieben... Wir sind dann mit 13. im Team immer noch. Boah. Das Team ist echt scheiße. Muss ich mal sagen. Vorhin gehört uns echt nichts. Der Panzer ist cool. Den mag ich. Nichts da. Nichts da. So. Das ist eine aktuelle Position ist ein feindlicher Schausschütze. So. Einsatzziel Delta wurde neutralisiert. Boah. Bämst. Oh. Schade. Aber doch, ich hab' ich mich jetzt verraten. Was? Jetzt gehört uns echt fast nichts mehr. Hammer. Die haben totale Dominanz. Oh nein. Das kann nicht. Ich würde gern Gunner sein. Okay, das wird ja nix mit dir. Alles klar. Wir haben die Kontrolle über Einsatzstil Echo. Oh cool. Duck jump. Okay, auch nix. Lässt du mich mal... Nix da. So. Ich möchte jetzt bitte... Okay, weißt du was, dann hol mir die. Oh shit. Ich hab den nicht... Okay, alles klar. Ich hab diese Standfüße drauf. Wir sind schon mal ultrascheiße. So muss ich gleich erstmal abmachen, wenn ich das nächste Mal draufgehe. Die Munition wäre auch mal ganz cool, da ist sie vollkommen recht. Ja, ja, ja. Wo ist sie denn hier drinnen, sag mal? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Alles klar, ich hab keine Schnitte gegen gehabt. Da hatte ich echt keine Schnitte gegen gehabt. Oh shit. Da kommt ein Quad. Oh shit. Flucht! Flucht! Oh shit. Flucht. Da machst du nix. Da machst du echt nix. Ich spiele auch gerade ein bisschen. Ich meine, die Runde ist eh schon gelaufen. Da kannst du nichts mehr dran ändern. Aber ich spiele gerade ein bisschen zu aggressiv. Das ist gar nicht die Spielweise eigentlich. Geh doch drauf! Mann! Elf, Gesundheit! Ich schieße auf die letzte Krüppel, ey. Am Arsch lasse ich dich jetzt die Idee holen. Kannst du mir in die Kimmel knutschen, kannst du mir. Alles. Das war's für heute. Okay. Zwei. Los, nein. Ach, verdammt. Ja gut, alles klar. Da würde ich dann mal sagen, die Runde war im Vergleich dazu ein Reihenfall. Aber egal, wir sollten auf Level 20 kommen. Ja, easy. So, naja. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen und sage mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.